So, nachdem jetzt alle sich in großen Emotionen gesungen haben, erlauben wir uns auch noch ein emotionales Lied. Und zwar ein Lied von Paul Enka, ein großer Entertainer, immer noch unterwegs, wenn ich schatz habe, den mal zu sehen. Vielleicht kommt er auf meiner Halle, gleich in die Happy Halle oder ins Steintor. Und sollten wir hingehen. Ein großartiger Mann hat wunderbare Songs geschrieben. Und das über viele Jahrzehnte, auf einer seiner ersten großen Hits, da hat er gehabt, da waren noch keine 20. Paul Enka, pull your head on my soul. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020